Bisher haben wir uns die Varianzanalyse am Beispiel der 2-faktoriellen ANOVA erarbeitet. Ich habe aber an verschiedenen Stellen schon darauf hingewiesen, dass auch andere Anzahlen von Faktoren als 2 in der ANOVA-Berechnung möglich sind. Ein besonderer Spezialfall der Varianzanalyse, das ist die sogenannte 1-faktorielle ANOVA. Die ANOVA, die problemlos auch mit einer anderen Faktorenzahl als 2 berechnet werden kann, lässt sich nämlich auch dann berechnen, wenn wir nur einen einzigen Faktor haben. Dann heißt sie 1-faktorielle ANOVA. Dieser Faktor kann beliebig viele Stufen haben, also 2, 3, 4 und so weiter. Allerdings haben wir bei der 1-faktoriellen ANOVA natürlich nur noch einen einzigen Haupteffekt. Wir haben nur einen einzigen Faktor. Zudem können wir keine Interaktion haben, denn es gibt ja keinen zweiten Faktor. Die ANOVA-Ergebnistabelle, die ist dann stark vereinfacht. Ein Beispiel sehen wir hier unten. Wir haben nur noch einen Faktor A mit seiner Quadratsumme, seinen Freiheitsgraden, seiner Fehlervarianz und so weiter. Wir haben zusätzlich den Messfehler und dann natürlich die totale Streuung. Es gibt nur einen einzigen Effekt, nämlich den unseres Faktors A. Damit gibt es auch nur eine Prüfgröße und eine Signifikanz für diese Prüfgröße. Die Berechnung der 1-faktoriellen ANOVA verläuft exakt genauso wie bei der 2-faktoriellen ANOVA. Nur können wir die Quadratsummentabellen für den zweiten Faktor und für die Interaktion einfach vergessen. Wir schauen uns mal an, was das an unserem Datenbeispiel bedeuten würde. Angenommen, wir würden den Faktor Geschlecht nicht berücksichtigen wollen, sondern nur die Wirkung des Faktors Alkohol auf die Fahrleistung von Personen untersuchen wollen. Dann gäbe es nur noch einen Faktor und dieser Faktor ist in der Datentabelle hier in den Spalten aufgetragen. Wenn wir diese Datentabelle mal mit der Datentabelle für unsere 2-faktorielle ANOVA vergleichen, dann werdet ihr sehen, dass dort die exakt gleichen Datenwerte eingetragen sind. Die Quadratsummenzerlegung verläuft genauso wie für die 2-faktorielle ANOVA gesehen, nur eben ohne Treatment-Varianz von B und ohne die Interaktionsvarianz. Wir haben hier also die totale Quadratsumme, die Quadratsumme des Treatments A und die Fehlerquadratsumme. Unsere Mittelwertetabelle für die ANOVA, die vereinfacht sich natürlich ebenfalls. Wir haben nämlich nur noch drei Stufenmittelwerte und einen Grandmean. Unsere Zellmittelwerte fallen weg, es gibt keine ANOVA-Zellen mehr. Oder vielmehr eine Stufe ist nun gleichzeitig eine Zelle. Die ANOVA-Ergebnistabelle vereinfacht sich erheblich, aber in ihrem Aufbau bleibt sie identisch. Wir haben die Quadratsummen, die Freiheitsgrade, die Varianzen und bilden dann unsere Prüfgröße f und rechnen deren Signifikanz aus. Vergleichen wir aber einfach mal die ANOVA-Ergebnistabelle für die 1-faktorielle ANOVA mit der ANOVA-Ergebnistabelle für die 2-faktorielle ANOVA. Ich habe im Fenster hier links meine 2-faktorielle ANOVA und im Fenster hier rechts meine 1-faktorielle ANOVA aufgetragen. Wir sehen, dass sich die totale Quadratsumme nicht unterscheidet, unabhängig davon, ob wir eine 2- oder eine 1-faktorielle ANOVA berechnen. Das muss natürlich auch so sein, denn die Gesamtstreuung, die in den Daten vorhanden ist, der ist es völlig egal, wie viele Faktoren es gibt. Die Gesamtstreuung entstand nämlich als Abweichung des Messwertes jeder einzelnen Person vom Grand Mean. Wir haben genauso viele Personen wie vorher und wir haben auch für diese Personen dieselben Datenwerte wie bei der 2-faktoriellen ANOVA. Also muss natürlich die totale Quadratsumme identisch bleiben. Genauso sehen wir, dass die Quadratsumme für den Faktor A identisch bleibt. Auch das muss natürlich so sein. Unsere Stufenmittelwerte für den Faktor A bleiben dieselben, ganz unabhängig davon, ob es einen Faktor B gibt oder nicht. Denn die Personen in jeder Stufe bleiben ja dieselben und auch ihre Messwerte. Unterschiede zeigen sich nun in der Fehlerquadratsumme. Die Fehlerquadratsumme bei der 2-faktoriellen ANOVA ist ja viel kleiner als diejenige bei der 1-faktoriellen ANOVA. Warum ist das so? Ganz einfach. In der 1-faktoriellen ANOVA dort rechts gehen in die Fehlerquadratsumme ja sowohl die Wirkung des Geschlechts als auch die Interaktionswirkung zwischen Alkohol und Geschlecht ein. Diese beiden Faktoren haben wir nicht berücksichtigt, aber sie existieren ja in den Daten. Das haben wir in der 2-faktoriellen ANOVA gesehen. Weil wir die Wirkung dieses Faktors und der Interaktion mit unserer Alkoholmenge nicht berücksichtigen können, müssen sie in die Fehlerquadratsumme eingehen. Wenn wir also bei unserer 2-faktoriellen ANOVA die Quadratsumme des Treatments B, die Interaktionsquadratsumme und die Fehlerquadratsumme, die dann noch verbleibt, zusammen addieren, müssen wir bei 404,6 ankommen. Und genau das stimmt auch. Das Fehlen des Faktors B und der Interaktion drückt sich natürlich auch in den Varianzaufklärungen aus. Die Varianzaufklärungen, die vorher durch diese Komponenten geleistet wurden, müssen natürlich nun in die nicht aufgeklärte Varianz eingehen. Und deshalb ist die nicht aufgeklärte Varianz in der 1-faktoriellen ANOVA höher als in der 2-faktoriellen ANOVA. Die Berechnung allerdings bleibt exakt identisch, ebenso wie die Interpretation auf Basis unseres sogenannten Interaktionsdiagramms. Es gibt jetzt keine Interaktionen mehr und damit haben wir eigentlich so etwas wie ein Haupteffektdiagramm. Wir können nicht mehr tun, als unsere Stufenmittelwerte von A in dieses Diagramm eintragen und uns anschauen, wie diese verlaufen. Das ist die 1-faktorielle ANOVA.